Fliegel Frothuwe heißt dieser traumhafte Fuchscheck Wallach und er ist ein Verkaufsherd von The Horse Seller. Zwölf Jahre alt, Stockmaß rund 1,45 Meter, ich habe vergessen tatsächlich ihn zu messen. Ein Fünf-Gänger der Sonderklasse, schon deutlich über sechs Punkte gelaufen im Fünf-Gang-Preis. Ein Pferd mit fünf klar getrennten Gängen, von denen einfach alle gut sind. Fantastischen Tölt in verschiedenen Tempi mit hochweiten Bewegungen und immer, immer taktklar. Er braucht nur ganz wenig Gewicht, um taktklar zu sein, also kann einfach mit oder ohne Boots geritten werden. Und er hat einen sehr großen, guten Trab mit weiten Bewegungen und sehr schöner Sprungphase, einen langen Schritt mit guter, untertretender Hinterhand, also da sehr aktive Hinterhand, schnellen, sicheren Rennpass, der immer und leicht abzurufen ist und eine große, weite Galoppade. Und dazu einen wirklich goldenen Charakter, super brav und unkompliziert, sehr gutes Vorwärts dabei, also Temperament im deutlich oberen, mittleren Bereich, aber immer regulierbar, immer ganz einfach zu reiten. Er ist leichtrittig und unkompliziert und er hat vor gar nichts Angst, macht einfach alles mit, was man ihn fragt. Er geht allein und in der Gruppe ins Gelände ist hier auch quasi scheufrei, also ihn schockt eigentlich fast gar nichts. Dazu eine sehr gute Ausbildung, dieses Pferd verkörpert einfach alles, was man sich wünscht. Ein Pferd für den großen Sport, für ganz vorne im Fünfgang, Guidinger Ketten, in Passdisziplin und in der T2. Und dann noch dazu ein Luxus Freizeitpferd, ein Pferd, was mega viel Spaß macht, ins Gelände zu reiten, eben einfach, weil er so leichtrittig und unkompliziert ist und einfach alles mitmacht. Und dann macht es so viel Spaß, ihn zu reiten, weil er diese großen Gänge hat und vom Sitzkomfort sehr, sehr hoch ist, da er einen einfach sehr, sehr schön mitnimmt. Fliegel, Frau Thuo, schon seit einigen Jahren versuche ich, dieses Pferd zu erwerben und jetzt ist es mir gelungen, ihn hier nach Hause zu holen, zum Bockholzhoff, zu The Horse Seller. Für euch dieser traumhafte Fünfgänger wird einer Reiterin oder einem Reiter sehr viel Spaß machen, und sei es für schöne Geländegeritte oder auch für den großen Sport. Wir finden ihn großartig und wenn ihr euch genauso flasht wie uns, dann meldet euch die Daten dazu, findet ihr oben im Video. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel, Frau Thuo. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel. Und bis dahin noch ganz, ganz viel Spaß mit Fliegel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.